Hallo. Schönen guten Morgen. Wir sind hier vor dem Amtsgericht und der Regierungsbezirk Ansbach. Noch mal eine Überbeglaubigung holen. Die letzte vor der Autobahn. Und zwar, dass ich schon über fünf Jahre hier in Deutschland lebe. Da schaut ihr mal, wie schön das ist. Da kommt man normal gar nicht so hin, gell? Ja, so geht's uns. Aber wir sind wieder mit der Ente unterwegs. Wir verbinden das Schöne und Nützliche mit dem Schönen. Also, tschö tschö, bis bald.